Wir müssen die These, die im Raum steht, dass die Grundrechte nicht wegen der Pandemie, sondern aus anderen politischen Gründen eingeschränkt werden und das aufrechterhalten bleibt, zumindest zum Teil nach der Pandemie, hundertprozentig widerlegen. Das heißt, nach dem Ende der Pandemie müssen wir alle Grundrechte vollständig wiederherstellen, weil dann haben wir eine Lehre erteilt, dass dieses Misstrauen gegen die Politik nicht stimmte.